Die Eichhorns, ein erfolgreicher Welser Familienbetrieb mit Kassensystemen für Gastronomie und Handel, haben es sich zum Ziel gesetzt, das Kinderschutzzentrum Tandem in Wels, wo immer es möglich ist, zu unterstützen. Und am 27. Juni 2016 war es wieder einmal so weit. Zwei Schecks mit je 400 Euro wurde von Johann Knetzmeier, war Mitglied des Welser Wirterings und Sandra Eichhorn an die Tandem-Geschäftsführerin Silvia Neubauer in Krängelbach übergeben. Aber warum in Krängelbach? Da wir seit Mai in Krängelbach unser neues Geschäft haben, haben wir uns gedacht, wir könnten die Spendenübergabe des Welser Wirterings an das Kinderschutzzentrum Tandem bei uns im Geschäft durchführen. Bei der Welser Shopping Night im Mai hatte natürlich auch Werner Eichhorn, Herr der Registrierkassen, seine Finger im Spiel. Und der Welser Wirtering dankte es mit einer großzügigen Spende. Zustande ist das Ganze gekommen von der Familie Eichhorn. Vater, Mutter und Tochter, die sind auf uns herangetreten, weil sie unterstützen uns mit der Registrierkasse bei unserer Feste, bei unserer Aktivitäten ein ganzes Jahr. Wenn wir Probleme haben, brauchen wir noch anrufen und sie kommen dann zu uns und sie lösen unsere Probleme. Und darum bedanken wir uns bei der Familie Eichhorn und beim Kinderschutzzentrum Tandem. Ohne Unterstützung durch Sponsorinnen und Sponsoren ist die Arbeit für eine Verbesserung des Kinderschutzes in Österreich nicht zu gewährleisten. Es fehlen in Österreich über 1500 Mitarbeiterinnenstunden pro Jahr, um allen Kindern, die von physischer, psychischer und sexueller Gewalt betroffen sind, zu helfen. Das Kinderschutzzentrum wird überwiegend finanziert durch öffentliche Gelder und jeder weiß, dass in Zeiten von knappen Budgets auch die Budgets dann im Sozialbereich gleichbleibend sind oder wie in unserem Fall teilweise sogar gefürzt werden. Und wir freuen uns über jede Aktion, über jede Benefizveranstaltung, über jedes Fest, über jede Geburtstagsfeier, wo zu unseren Gunsten gesammelt wird. Dieser Wunsch ist beim Vertreter des Wirterings gut aufgehoben, denn Kinderschutz geht alle an. Wir vom Welser Wirtering, also wir 13 Gastronomen, die was da in der Innenstadt diesen Ring gegründet haben, ist es einfach uns ein Anliegen, dass es Menschen gibt, die was diese Kinder unterstützen, sei es in welchen Problemen. Und darum haben wir uns entschieden, diese Kinder zu unterstützen und euch zu unterstützen. Wir werden es auch weiterhin die nächsten Jahre verfolgen und wir werden es auch weiterhin machen. Natürlich zufrieden mit dieser Checkübergabe Sandra Eichhorn. Ich glaube, es ist für beide Organisationen gut gelaufen und wir freuen uns, wenn es weiterhin solche Spendenaktionen gibt. Also danke an den Welser Wirtering, aber natürlich auch an die Familie Eichhorn. Nähere Informationen unter www.tandem.or.at